Hi Willkommen in meinem Kanal, ich bin der Pio und in diesem Video stelle ich euch ein Bequiet P4 mit 450 Watt vor, das ist ein relatives altes Netzteil, ich habe das etwa um 2002 gekauft so alles ist auch das Design und dann werden wir mal sehen an der Teststation wie sich das so bewährt wir haben jetzt so 20% Last, 100 Watt ungefähr, auf der Steckdose zieht das Netzteil 226 Volt, der Wirkungsgrad ist bei knapp 75%, nun 50% Last 28 Watt ungefähr, der Wirkungsgrad steigt auf knapp 77% die PFC ist ganz gut mit 0,9, 8, das ist also gar nicht mehr so schlecht wie so ein relatives Netzteil und nun natürlich Vorlast, 450 Watt und der Wirkungsgrad bei 73 belastend, das ist normal das aber schlechter wird dann machen wir den Überlast Test und das Netzteil rockt fast 600 Watt, das liegt aber daran dass es auch sehr viel auf der 3,3 und 5 Volt Leitung schafft das heißt nicht dass es super gut ist ein bisschen ein bisschen Untertitelung des ZDF, 2020